An der Neurologie fasziniert mich die stetige Herausforderung an kreativem Denken. Immer vom Kleinen zum Großen und vom Symptom zur Krankheit. Mit der Deutschen Hirnstiftung möchte ich erreichen, dass Spendengelder für innovative Forschung eingesetzt werden, die den Patienten zugutekommen. Ich finde die Deutsche Hirnstiftung ist wichtig, weil sie der allgemeinen Bevölkerung einen unkomplizierten Zugang zu neurologischen Krankheitsbildern anbietet. Mein Name ist Christiana Franke, ich bin Schriftführerin bei der Deutschen Hirnstiftung, organisiere also das geschriebene Wort. Ich bin Schriftführerin bei der Deutschen Hirnstiftung.